hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde bigfoot wir gehen in den wald jagen ihn natürlich werde wie immer ich im stich gelassen doch seht selbst inzwischen schnell 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 ins auto hinein wo ist die waffe ich glaube der waag ist immer gleich gefüllt gut darauf ja nämlich jetzt schon leer markus hat sniper gibt die kamera wieder ab magst du die knallpistole haben oder hast du gehabt ja wie immer ja ich bin halt nicht so ein lootgeier ich habe null schuss bei der pistole markus wir haben ja die patrone ich hab nicht gesehen dass ich die patrone gebe ich hab keine ich hab da ist kein sonst da ist noch ein tablet oder das tablet ich kann euch shelter 2 grand groove village oder park entrance ja gehen wir nach rechts und jetzt machen wir es mal im kreis ok passt ich höre schon eulich wuho wuho du hast habe ich am essen jetzt die erste nacht bin ich au wu 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 Ah, da ist noch ein Unterschlupf. Untereschlupf. Ah, aber da können wir wieder Toten mitnehmen für den Biri. Wow. Ah, da wären noch Signalpatronen, denke ich. Dann nimmst du mir eine Mitte, gell? Du kannst sie auch heben, bitte. Warte, ich stelle da noch eine Falle auf. Äh, haben die ihr Fleisch? Ja. Bitte da aufstellen. Ah, ich schaue den Kühen auch. Ein bisschen ein witziger Wiener. Ich bin auf der Jagd. Haha, ich hab... Das habe ich genau einmal gemacht in dem Spiel, wo ich so wie die Führung gremmt bin, dann bin ich direkt in der Wolfswoden liegen können. GG. Ah, ich habe unseren Waschbär erobert. Getötet. Oh, da ist ein Elch. Na, er rennt weg von mir, schade. Ich bin bei John Adams Tree. Oh, da ist ein Wolf. Ich habe ihn dann nicht einmal nachgeladen gehört. Der macht eh kein Dammit. Kann ich wenigstens ausnehmen. Da ist leider gar nichts da bei dem. Hauptsache vier Schuss habe ich wieder veröpfelt können. Nein, ich bin auf einer fetten Aussicht. Ich bin an mir aber nichts dafür, dass du nicht triffst. Ja, da wäre auch eine Zipline. Ich habe ein Foto, wer hat die Kamera? Wie wer hat die? Nein. Bitte, ich mache ein Foto. Nein, ich habe keine Kamera. Da liegt ein Coder am Boden und viel Sniper-Munition, Markus. Ah, da ist der Coder. Ja, warte mal. Nimm einmal die Munition da überall auf. Oder warte. 6040. Null. Ah, das Maschinengewehr, König. Bei uns wäre das Maschinengewehr. Kommt zu uns. Ja, komm. Da ist schon noch ein Sniper-Munition. Da ist schon noch ein Sniper-Munition. Auf dem Diesel-Aggregat oder was das ist. Wir müssen trotzdem noch ein Foto machen, wer immer die Kamera hat. Ja, das bringt uns ja nichts. Oha. Ich habe sie nicht. Ich habe die Kamera abgeh. Ich habe sie auch nicht. Nein, die Fotokamera nicht, die ich jetzt aufstellen. Ja, sie abgeh. Ich habe sie aber nicht. Ah, warte mal. Ah, da. Ich habe eine 80-Kamera. Oha. Ich habe sie nicht. Hat wieder ASI gesteckt. 200 Items dabei. Stellt euch mal nicht aneinander. Machen wir mal das scheiß Foto. Gibt jetzt einen kleinen Headshot. Nice. Schöne Erinnerung, bevor man zerfickt wird. Ja, ich nicht. Maximal du wieder. Ja. Oha, das ist ja ewig. Oh Gott. Ich bin offen. Die blocken, oder? Er kotisieren auf dem Radar langsam an. Jeehoo. Schade. Kommen wir da ganz außen? Ja, da haben wir zuerst gerade ruf, oder? Die haben oben noch den Alarm aktiviert, damit er da nicht läuft. Oh, da sind Glühwürmle. Oh, er clockt schon. Hä, wo laufen die jetzt? Ich habe gedacht, wir laufen außen am Rand im Kreis. Ja. Keine Ahnung, ich laufe gerade mit Markus nach. Ich habe gedacht... Ich bin einmal mit Lim bei dem Plan. Ja. Hase Rache. Boah. Scheiss Elf. Wie, die ist eigentlich sehr schreckt gehabt, muss ich sagen. Ja. Den täte ich mal anfangen, äh, Condemned oder so. Die hören, glaube ich. Oh nein, das war, glaube ich, der Elch. Nein, das war nicht. Der ist prümpftig, der ist gramsig. Wir hören doch. Wo ist er denn? Ja, der ist Elchig. Ah, da unten ist er. Hat jemand noch eine Falle? Ah, ich höre einen bösen, aber auch. Hat jemand noch eine Falle, zum da irgendwo aufstellen? Ja, ich habe noch eine, aber ich weiß nicht, wo du bist. Und oder der noch. Ich komme. Oh, ja. Ich bin nur von einem Wolf. Oh, der ist in einer Barwelt für Schlitzgradanofe, haben wir die anderen, glaube ich, beobacht. Ja, was? Ich habe acht Leben verloren, ja, danke. Hast du Fleisch, Migna? Natürlich. Nicht. Da habe ich eine Falle aufgestellt und das Fleisch hingelegt. Komm mal weg. Ja, wir müssen da nicht in Ordnung, wirklich. Ja. Boah. Aangefangen nicht wirklich. So, da ist auch nochmal eine Falle. Kann man es beobachten, wie er auf dem Prank trifft halt. Außerdem wissen wir denn, dass er dort genau bei der Falle ist. Ja, da ist der Sackers. Ah, Waschbeeren. Dann holen wir. Ja. Der weggeschlitzt. Ja, aber dann laufen wir wieder zurück. Ja, wir laufen jetzt ein bisschen zurück. Aber die zwei Dinger da damals sind definitiv nicht froh. Muss nicht sein. Aber schauen wir. Boah, ein Barbecue-Grill. Oh, da ist ja Fleisch drin. Am Edipack nehme ich mit. Wie, wie braucht es? Wie, wie braucht es? Wie, wie braucht es? Wie, wie braucht es eh noch? Ah, ich habe eine Höhle gefunden. Ah, ich habe wieder Sniper-Monitor, Markus. Ja, einfach mitnehmen. Ich bin in die Höhle hinein. Hä, wo? Auf der Karte leider. Da. Da ist der Totem. Ich werde mitnehmen gleich. Okay. Ich kann es nicht aufnehmen. Ja, warte. Komm. Wo ist das Totem? Wo ist das nicht? Ja, warte mal. Ich gebe dir nur schnell. Das Totem ist ja nicht in dem alle. Nicht oder wie? Nein. Also ich habe einfach der Markus sofort an uns gesehen, wo ich ihn gesehen habe. Also da direkt neben mir ist es. Ich höre nämlich ganz. Ja, dann ist das wahrscheinlich wieder so ein Blödsinn. Hat er sonst nichts gefunden oder wie? Ein toter Wolf ist hinten gelegen. Der leere Rucksack. Nein, da kann man irgendwie nicht wirklich was looten da. Nein. Nicht durch. Ja, kommen wir jetzt in dem Fall wieder weiter in den Kreis oder? Ja. Ja. Loaten wir aber da ab, oder? Ja, da in Richtung Süden. Ja. Warte mal. Ja. Äh. Ja. Warte mal ganz kurz. König, hast du die Signalfaxe, oder? Ja. Warte mal kurz. Oh meinst du die Signalfaxe, oder? Ja, halt ein bisschen. Backel und Pistole ist was anderes und du schaust irgendwie einen anderen Rucksack. Ah, ok. Da bin sechs Schuss, irgendein Ding. Da ist die andere Falle, die ich vorplatziert habe, gell. Alles gut. Ich habe leider keine Kamera. Ich hätte ohne. Feel free. Ja. Maschinenquermunition für den König. Ja, nice. Ich habe 31 Schuss und 25 geladen. Ah, ok. Weil bis jetzt haben wir ihm noch gar keinen Damage gemacht. Ja, der Wildsau doch. Echt Schuss, ey. Wie ist das denn? Ah, da ist ein Tod, ey. Ja, den habe ich jetzt auch gehört, im Sinne. Da wollten wir die attackieren, wie wir. Mhm. Ein hinterhältiger Angriff auf Miss Lerber war das. Ja, wow. Oder der Markus auch dort oben. Nein, ob schickt an. Es war nach der Lehnheit von mir. Ich war für eine Weile bewusstlos. Mir geht es inzwischen besser. Mach dir keine Sorgen. Als ich nach dir suchte, Peter, habe ich gesehen, dass Ruby tot neben dem Wasserfall liegt. Was ist passiert? Ich habe Angst. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Patrick Star von Spongebob mitspielt. Oh, da ist jemand bei uns in der Nähe. Ähm, für euch hat so viele Konne mehr Pistole und Munition oder so. Ja. 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 Ja, wer ist in der Nähe? Ja. Ja. Aber Reh, schau. Da ist ein Reh vorbeigelaufen. Da ist nichts. Ah, doch. Schaut doch. Kamera 3. Wir hören doch. Kamera 3. Ja. Ah, reingestanden. Was hat der für eine Binde am Arm? Ist das der mit dem Team? Es hat der Yeti-Fahr-Rocket. Dann sind die noch in einem Team in diesem Fall. Ich weiß nicht. Ah, ah, ah. Ich möchte auch Munition haben. Ich bin nur da runtergesprungen. Mit Skill. Ja. Oh. Alle Beine brauchen. Mit Skill. Da können eh beide Rutschen runterhalten. Das ist gut. Ich hab... Ah, mit welcher Taste hast du den Forts hat. Wieder inblendet. Das ich nicht mehr hab. Ich glaub, das ist während die auf dem Wasser war. Waren sie das nicht anzug. Ja, ich hab jetzt auch keins mehr. Gut, gleich wieder. Ich kann mal die Waffen und so aktivieren. Also. Ich sehe noch nichts. Ich sehe noch nicht, wie viel Leben ich hab. Ist nicht so wichtig, glaub. Boah. Ich meinte, wer stampft denn da jetzt auf mich zu? Ich zieh mich. Entschuldi. Ja, das zieh ich wieder nicht. Die massive... Was? Nein, ist wieder nichts. Roten. Warte mal, ich schau mal, ob ich das tot minz. Ich hab jetzt ein Baby geh. Kannst du das aufnehmen? Nein, ich kann das immer noch nicht aufnehmen. Ja. Ja, dann sind sie bei dir einfach verbuggt. Ich hoffe, du laufst in die richtige Richtung, weil ich hab einfach keine Manny Map und ich hab nichts. Ja. Ja. Oh, da ist eine Zip-Line. Sollen wir die Zip-Line? Ja. Das ist eine Action-Markierung auf der Karte. Ja, die Zip-Line wäre ich gut. Die geht genau in die Richtung, Markus. Ja, können die. Ja, müssen die sogar. Ja. Ja. Ah ja, da ist auch die Hoffle. Da haben wir. Schocker an Scherl da wieder. Mein ganzer Loot. Oh, da hab ich noch mal ein Fleisch gefunden. Ja, da sind ein paar Hüse da. Ich stelle noch. Ich stelle noch. Na, na. Welche Taste ist für Falle? Ah. Schade. Hoppa. Boah. Ja. So. Ja, ich hab keine Harte. Ich hab keine Harte. Ich hab keine Harte. Ich schüsste den kleinen Kopf. Wow. Aggressionsprobleme im Match. Er wird die wieder aufhören. Na, warte. Ich geb dir eine Falle in den Rucksack. Ja. Ja, stell sie auf. Also, sorry. Malz. Ach, du hast kein Fleisch. Ah, jetzt hab ich wieder ein Hard Perfekt. 76. Leben hab ich. Oh, da ist wieder ein Tresor. Schwarz. Haben wir für schwarz der Code? Na, noch nix. Na. Ich hab noch ein 7mm-Munition. Schau. Ich hab noch ein 5mm-Munition. Ah, ich hab noch mehr als 5mm-Munition. Ah, ich schau das stärkere Sniper nicht. Na, noch mal als Klebe, was du hast. Aber halt auch ein paar... Äh, König, ich hab den 5er Munition gefunden Kann ich dann auch noch gehen? Perfekt, ja Ah, nochmal eine Falle, nice Oh, ja, war 5er Munition Da ist nochmal ein Sniper dahinter Ja, war 5er Munition gefunden Schocker Munition Äh, Markus, hast du auch das R-700 scharfschützig mehr? Äh, ja Okay, dann ist das alles klar Pistel Munition wäre ihnen dankbar Falls jemand hat Ich kann da eine Sniper Munition, gell? Nein, ich hab auch eine Sniper Munition Warte mal Äh, nee Was brauchst du noch? Ich brauch... Ey, warte mal, ich geb dir jetzt mal die 50 Schuss für die... Hast du einen Sniper? Ja, ich hab einen Sniper Dann geb ich dir 10 Schuss, komm, hat schon noch ein bisschen was Ich hab 91 Schuss für die M4 Der kommt her, damit er wegge-Counter-Striked Okay, die Sniper lang hat man am Munition Jetzt, glaub ich Kannst du den Code finden für schwarze... Ähm... Für schwarze Container... Ah, da ist einer, ich hab ihn gefunden 5-2-8-0 Oder? 5-2-8-0 Achso, ist niemand in dem Haus mehr drin Oh, wir hören schon Ja, ich bin jetzt grad zum Schießstand gelaufen 5-2-8-0 5-2-8-0 Er ist offen Will jemand die... AWP? Mit ein paar Schuss 7mm nimmt Oder den, bei mir WIWI Du kannst ihn in die Schockern haben, oder? Ähm... Ja... Ich hab jetzt zwar auch einen Sniper mit 65 Schuss Aber... Wechsel Damage, ja... Schockern Da müssen wir dann total aufpassen Weil die König ist dir vorhin an der Wand gehängt Ja... Ja... Wo, wo ist der Sniper? Oh, wo ist dann? Da, da in dem Ding Das war vermutlich, oder? Ja... Ich hab jetzt brutal viel Sniper-Munition AVM, 120 Schuss Okay, passt Ja, die übernimmt halt die Schuss von den anderen Snipern Und die macht nur noch mal mehr Schaden Ja, ich hab für die andere Sniper jetzt auch 8 Schuss Da legt auch noch mal einen R-700 Falls jemand... Nochmal das in ihm kommt Ah, er ist in In ihm ohne Sniper mit Kannst du beides mit mir? Alles mit mir Da hab ich noch mal Signalpatrone, die jemand vergessen hat Da hab ich noch 10 Schuss für Sniper, die jemand vergessen hat Hab ich eigentlich irgendwas gelootet? Na Nochmal 15 Schuss für mich Ein bisschen was, damit du dir dann aufhören kannst Ich merk's, ich hab 25 Schuss Sniper gefunden nochmal Hier wohnt die ja anscheinend sehen Ne, 100 Schuss Sniper Ja, den gib sie mir, ich hab nur 80 No, nix Achso, du hast ja auch einen Sniper dabei Ja, ich hab jetzt zwei Sniper, ich lade gerade auch mal nach Geben wir weiter? Ja Bin ich oder? Bin ich oder? Kann ich dir irgendwas geben, Vivi Gib dir schon mal Schockern Schuss Danke Ich weiß nicht, was macht mehr Damage? Schockern oder die Sniper? Schockern sie Ja Gehen wir da direkt Du bist Jetzt die Nacht für Tage Ja Der Sprengstoff oder König das letzte Mal gefunden hat, der war glaube ich auch ganz gut Ich glaub der ist immer irgendwo links oben gewesen Oder im Tresor halt einfach drinnen Oh, nice Anstatt Der arme El Weg, gell Als wärst du gerne Hirsch, oder? Bei der Maut sitzt du am Warmer aber schon Da bin ich gewesen Ah, ok Ja, dann laufen wir weiter im Gleis Äh, Totem Wo? Ja, aber ich bin ja sehr in denen, ich glaube Okay Achso Oder und Bär Ich hab'n Bär gehört Oh, ich höre ja Ja, der ist okay, hinten Ja, aber da ist ein Bär ohne, gell, gegenüber Ja Ich muss reloaden Aua 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 Ja genau, oder? Boah, ich hab'n nur 20kp Oh, neile, Mann Ja, hab'n gerade Ja, hab'n gerade Ja, hab'n gerade Ah, da, drauf, aber Ehh Ah, ich wollte'n stunnen Halt Ehh Meine Waffe laden Halt 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 Ja, dann hol'n wir jetzt ja nach Ja Aua Sauhund Ja, da bleibt der wenigstens Stau, wenn der andere fragt Und soll er die verschlagen? Halt Der lag, das gibt's gar nicht mehr Aua Aua Aua, ich hab'n noch 10hp Ich lieg' am Boden, glaub' ich Ich hab'n Schuss mehr Na, er killt mich schon wieder Hebert Der Fin ist jetzt echt, oder? Mann, ey Jedes Mal, ey Aber, ey, ihr kriegt dann noch Down, komm Und zwei Schuss noch Und zwei Schuss noch Boah Ich hab'n 11 jetzt hier Heal'n da euch, heal'n da euch, solange er abhaut 105 Wo rennt da einer? Wo ist er? Ja, da rennt er weg Von mir Ah, da wär' jetzt die Tracking-Munition Ne, er ist weg Das wär' jetzt geil, wenn er in einer Falle rennt und stirbt Willst du mich jetzt echt nachrennen? Keine Hohle, ich mein' jetzt Ja, die zwei Sniper-Shots, die treffen da einer Ja, aber ist Frag, oder? Er kann jetzt halt Ja, aber er wird sich jetzt hochhellen Er hat sich schon hochhellen Ja Vor mir schon, vor mir schon Ja Er hat sich ein Schild geschnappt Rennt da in den Bus hinein Niemand die GPS-Dinge in die Hand, wenn der Sound Können das ihm vielleicht noch reinhauen oder so Ach Gott, ich bin da in den Bach hinein gelaufen Ich hab' keine Ahnung, wo der ist Naja Nein, ich hab' keine Toten im Sinne Ich würde nicht denken, dass der jetzt so lange blieb bei uns Ja Kann man echt verstehen Ja, aber Die starke Sniper und das Maschinengewehr, die haben Schiffe was ausmachen Ja Wo gesagt, sie launch Ja, Medipack und so, den ist gestohlen Ich hab' den Treibstoff geholt Ich hab' ja gefunden Ja, ich hab' ja gefunden Ja, ist die Schockern Ah ja Und ein Medipack Er kommt, er ist drüssen Er ist beim Markus König Ah, ich komm Er rennt aber wieder weg Er rennt aber wieder weg In welcher Richtung Das ist schwierig zum Säger Ich hab' keine Map Ja, wenn der Markus in die richtige Richtung schaut Dann nach Osten Ja Ja, ja, ja Macht ungefähr 10 oder 11 Damage Nach dem, wo du riefst Aber wenn der eben die Tracking Munition Schaffen zum Treffen Den Handeln kriegst Oh Aha Aber das könnte natürlich auch wichtig sein Er ist in der Falle Er ist in der Falle gestanden Ah ja, natürlich Ja, das war da oben irgendwo Ist er nicht bei der Kamera rein? Ja Da vorne Da vorne ist sie aufgereicht, oder? Ich tät's doch lachen, wenn er jetzt nochmal in der Falle hineinstickt Weil er erst so braucht, dann einmal spieg' wo man ist Das wird schon wieder her Ja Oh, das Auto habe ich aufnehmen können Ja, das habe ich jetzt noch nicht hoch gesehen Im Zuschauerperspektiv Wenn er noch so fiecht Geht ja heute nimmst ... Öfff Wenn der nur so fiecht Hahahaha Kann nimmst Nein. Was? Also Bärenangelfe ich gar nicht. Ja, der Markus hört die ganze Zeit den Bären und auf einmal quietscht. Einfach so eine Wildsau mit dem Wohnen. Ja, jetzt ist Target. Setz Brust Glück, dass ihn findest. Ja, er hat sich selber gekeilt. Vielleicht wohnt er in eurer grossen Höhle. Er hat sich gerade gekeilt. Ja, Markus. Oh weh. Oh shit. Ja gut. Clever gemacht, du hast gleich zweimal gewünscht. Ja, aber ich habe zweimal Schaden gekriegt. Ja, aber du hast eh Medipack gefunden. Ja, da ist ein Tresor mit einem roten. Da ist, da ist der Explosive Ding. Äh, warte mal, da weiß ich aber noch, wo der Kohl ist. Na, das ist nicht 6-0-4-0. Na, 3-2-4-0. Bin damit. Nach oben läuft immer noch das Alarm Ding, wo ich vor 10 Minuten eingeschaltet habe. Hast du das Dynamik geworfen, oder? Ich hab's mit dem Griff, aber ich weiß nicht... Wo ist jetzt mein... mein... Wie löse ich das jetzt aus? Ich weiß das nicht, der Kühne hat es letztes Mal verwendet. Vielleicht muss ich mal schon drauf schießen, ich weiß es nicht. G, wie Gustav. Wow. Das klingt ganz wahnsinnig. Ja. Spiel mir das Spiel noch nicht. 근데 wie kann das sein seines Skaff defensives sind? Ich komm jetzt. stab marketplace, Also meineussy... ...die Arqueline... definitiv, Bescheid übernehmen, ...und das ist first, ...utan will sein 케ist, Ich bin überall so geklebt. Das ist nervig. Das Sounddesign ist echt schräg. Wenn du rennst, hört es sich an, als wäre jemand hinter dir. Ja. Im Wasser bist du schon super langsam. Ja, das ist das tiefste Wasser, das es gibt. Ah, da. Aber ich habe keine Kamera. Ich habe mich leider mit der Kamera zurückgelassen. Hey John, brauch deine Hilfe. Hey Bro. Ich frage mal, ob er da hängt. Ist Ade und Monika? Boah, habt ihr Schluss gemacht? Nein, lol. Sie will in den Wild gehen. Für ein paar Monate. Lol, bin nicht überrascht. Vielmal wahrscheinlicher als ein Beziehungsschlupf. Deine Freundin ist super Outdoor enthustisch, man. Willst du mitkommen? Ich denke, ich kann mitkommen. Echt? Danke, Mutterherz. Danke meinem langweiligen Job, du Arsch. Toll. Hey John, hör zu. Über diesen Trip. Da werden so Geschichten erzählt. Ich glaube, es ist nur ein Gerücht, aber sie sagen, dass Bigfoot im Park sein soll. Ich glaube nicht wirklich an so etwas, aber nur zur Sicherheit. Nimm ein großes Messer mit. Das doch. Lieber nur sicher, Brudi. Du hast einfach zuerst jetzt einen britischen Akzent. Dann bist du einfach irgendwie auf Ducodeutsch umgewechselt. Da liegt nochmal ein Schock an. Nimm mit, je mehr desto besser. Die haben ein Schock an der Munition da liegen. Und da liegt ein Toter. Ja, und er wollte aber, er wollte ja auch das Messer mit, ne? Er hat auch kein Messer an der Psych-Liga. Top. Auch wie immer beim Camping ist ein Fleischabell dabei. Good choice. Wenn man schon oben in den Feld liegt. Damit eigentlich bin ich 90% von der Feldseil wie den Finger haken. Er hat sich wieder gekeilt, gell? Ich hab da schon eine Falle auf ihn aufgebaut. Oh, da ist die nächste. Ja, ich wollte gerade zeigen, da hätten wir nochmal ein Foto machen können. Ich warte jetzt nur auf die nächste Nacht. Ich hab da schon eine kleine Falle für ihn aufgebaut. Ja, das heißt, er wird zum Markus kommen. Und dann wird er der Markus mit einem HP noch überlehrbar und den Markus umbringen. Und dann wird er sich wieder hochziehen. Ich hab einen Sniper und einen Schockern. Wow. Da wäre ich beeindruckt, wenn in jeder Hand einen dafür hättest. Oder wenn man mir mal revifen würde, sie fixen würde. Bei mir läuft da vorne ein Radio. Der meint schon, dass ich da bin. Get Radio. Ö3. Ö3. Ich hör den Wetterfraussichten. Es wird bärig. Es wird bigfootig. Da ist nochmal so. Ey, du kannst schnell über... ...die Rede. So, Vivi, easy peasy. Ich bin bereit. Ich mache meine Taschenlämpchen aus. Ich muss den Laufhin nicht fallen. Ich muss den Laufhin fallen. Nein, er läuft wieder in irgendein Fall, oder? Ja. Er hat doch mal noch kein Leben verloren. Er ist irgendwo ganz nicht unter. Aber es hat Pip Pip gemacht. Zünd doch mal das Feuerwerk, Markus. Und tut das Licht zu dir. Ey, da ist ein Kresurschlüssel übrig. Oder? So ein weißer Zettel da. Auf der Bank. Ah, er ist bei Kamera 3. Nein. Er hat doch Schill in der Hand. Keine Ahnung, wo er bei Kamera 3 ist. Dann ist er unten. Ich habe keine Ahnung, was er dort tut. Hallo, was ist da? Peter! Ich weiss nicht, wo du bist! Oh, ey. Es ist ganz laut gerade. Siehst du das Feuerwerk? Bin ich irgendwo? Nein, ich nicht. Ich habe nach dir den ganzen Tag gesucht. Monika ist nirgendwo aufwichtbar. Ich habe mich bei den Zählten am Abend. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt haben wir zuerst britisch Akzent, duke Deutsch. Und jetzt noch mittach im Russland. Ach, wow. Sind wir ready für die nächsten 10 Minuten Lesestunde? Ja, da hast du die Doppel-A-Vierseite vorne. Der König wartet echt einem gewünscht. Das ist nur dreiviertel Stunde. Ich bin ein Jäger. Ich glaube, da klappen wir jetzt jeden Point of Interest ab. Oder ist ein Bier? Wo Markus redet. Er hat sich wieder gekeilt auf 150 Leben. Hast du wieder einen Tote gefunden? Ich glaube, Markus, Lauf langsam einmal zum König, weil langsam kriegt er viel Leben. Da musst du 15 Schuss treffen und da bist du nicht. Ich habe es schon gemacht. Ja, trotzdem. Ich habe nur 15 Schuss. Ja, ich bin hier auf dem Weg zu dir, König. Ja, treffend euch lieber, ist geschehen. Den Cota hundertprozentig in Königs Falle und wir können ihn sehr umlegen. Mancher kommt in die Falle. Warte ich jetzt. Ich bin da in einem Dorf. Es raschelt bei mir. Es raschelt im Karton. Tung, 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 Tung. Oh, Glück. Wir sind ja gut in die Woche gestartet. Das freut mich. Du glaubst mir nicht, wie fertig ich bin. Warte mal. Nach 8 Stunden arbeiten hat sie so richtig zu einem gezogen. Aber meinst du mich? Ja. 7 bis 17 Uhr. Oh, Kamera. Oh, er ist bei mir. Ich suche nach morgen. Ich muss sie finden. Nein. Ja. Ja. Und er ist im Falle im Grenz. Oh, boy. Er ist im Falle und der König hat mich entsprengt und in Frank gesetzt. Aber es wird knapp für den König. Oh, weh. Er haut ihn mit dem Strossenschild umdrehen. Oh, 29. König, er nimmt mich. 10 AP, 10 AP. Ja, du bist am Boden, oder? Ja. Oh, ja, ich bin am Boden. Scheiss. Nein? Oh, er finischt mich. Markus, geh zum Flügel. Ich renne. Ich bin von einem Strossenschild getötet, oder? Ja. Ja. Markus ist wieder irgendwo. Ich bin unterwegs. Ja, der Markus ist ja... Ich bin unterwegs. Der Markus ist ja nur am Lupen gewesen. Oh, der gute ist er. Ja, wow. Probier mal, noch jede dritte verschießen. Ab eine Tasche. Das war erhitzt. Ja, Jungs. So spielt man das Spiel. Und dann fahre ich allein nicht heim. Man hört mich einfach im Wald liegen. Zeig mir meine Frau. Der Bibi ist jetzt ein Zerflesserer von den Viechern. Ja. Der Bibi war auch schon top. Tot! Tot! Überlebt! Tot! 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 Tot!